Und damit willkommen zu Rekle Let's Play Left 4 Dead 2 mit dem bösen Chaos Jogger und yo Ich hab beschlossen, dass ich nochmal übergehe und mir ein paar Pine Bombs hole, weil keine Ahnung, da sind mir irgendwie zu viele Zombies unten und dann ist es gut, wenn man so eine Pine Bomb hat würde ich mal meinen so, jetzt müsste mir Coach nur noch irgendwie danke oder ich laufe einfach durch Coach durch, ist das ja jo, und ähm Wow Fuck Gangs Uwe Das ist voll der Grafik Backe, das ist voll übel Das Haus brennt eigentlich da hinten, aber das Feuer sehe ich irgendwie hier Das ist sehr merkwürdig So Hä, du Fuck Gangs Bitter Tschüss Bitter Das ist ein Feuerchen machen hier Yeah, nice Und ich hab nur noch 14 Rumpeln in der Knalle, das ist auch nicht so der Kracker Also geh ich wohl über Wow Fuck you Fuck you Fuck you Boomer Fuck you Und irgendwie Oh Fuck, da klingelt gerade mein Handy Ist mir aber völlig lade Weil Leute, Leute Leute Ja, ich mach ne Pause, Moment Und damit willkommen zurück Ähm Ja Ich find das immer toll Ähm Ich sag Leute, ich bin eigentlich beschäftigt und ich hab so gar keine Zeit und so Aber und sich da jeder auch so unglaublich dran hält irgendwie Und ähm Naja Fuck it Okay ähm Ein Hunter Da hinten Genau Ja, ähm Aber ist nicht so gut gelaufen irgendwie Ist aber nicht so schlimm Hm Okay, dann würde ich sagen Woah Woah Fuck it Charger Hey, I'm reloading It's better Reloading Okay, hier geht's weiter Dann ist ein Molli Hm Also nicht auf die Nüsse verflogen So Ist auch erledigt Gut Gut Ah Fuck you Fuck you Was ist das? Black Rounds Cool Ja, mach hin Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Boomer Oh yeah Yes Oh cool Wo ist es? Weapons Can we lay some money? Ja, es geht weiter in den Underground I'm a reload Da wo wir auch eigentlich hinwollen, was auch titelgebend ist Mal gucken, hier ist auch keiner mehr Charger 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 Ja, ich brauch keinen Entritt zu zahlen, danke So 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 Leute, macht das auch kein Spaß. Na komm. Das ist ruhig hier. Ich hoffe so, gut. Oh wow wow. Hey, ich bin der Witch. Ich bin der Witch. Wo mag sie sein? Ich hab so ne Ahnung wo sie ist. Reloaden. Wef ist hier. Was ist das? Ja, das ist sehr gefährlich was ich hier machen mit der Attacken und um zu leuchten. Weil die Witch so weit kann sie nicht weg sein. Komm her, Charger, ich hab dich gesehen. So. Okay, da am Stick. Gut. Das merken wir uns mal. Wenn wir jetzt etwas außerhalb gehen müssen. Mit der Ballbomb werden wir jetzt auch mal was schönes anstellen. Ja, nice. Ja, so gefällt mir das. Prima Sache. Okay, da ist die Witch was liegt da vorne. Das sind Pillen. Da ist ein Spitter. Hey, wir brauchen diese. Gut. Gut, gut, gut. Sind die meisten der Zombies sowieso von vorne rein hin? Au, fuck you. Du verdammter Smoker. Okay. Du verdammter Smoker. Okay. Denk hier? Ja doch. Du verdammter Smoker. Nerv. Hm, alle herr hier. Ich würde sagen, wir lassen die Witch einfach in Ruhe. Und sehen zu, dass wir wegkommen. Was? 5 goddamn Dollars für ein Under-the-River-Tour. Jo. Well played, Rayford. Well played. So. So, jetzt hab ich wieder eine normale Mumpeln. Au. Fucking Charger. Schon wieder. So. Mh, ja. So, dann werden wir uns noch weiter in den Hintergrund begeben. Au, 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 au. Ich hab doch gar nicht drin gestanden. Scheiß Bug. Mann. Fresse. 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 Ruhe. Und noch weiter nach unten. Noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Und dann würde ich sagen, machen wir genau an dieser Stelle hier einen kleinen Cut. von sehen und wieder in der nächsten Folge bis dahin. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.